Veko Dino Green Fontaine, ja das ist die auch aus dem Dino Hero Bag, wie die anderen auch. Morgen kommt dann noch die letzte, das hier ist die vorletzte aus dem Dino Hero Bag. Die NEM steht ja auch nicht drauf. Klein ist sie, wie schon bei anderen gesagt. Ja, habe ich auch zweimal. Gut. Die sind echt schön, also Kaufempfehlung auf jeden Fall. Noch eine. Hammer Auswurf haben die auch, obwohl die so klein sind. Alles klar.